So, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar wollte ich nur schnell Bescheid geben, heute Abend um 19 Uhr, also heute am Freitag, wird ein neuer Surfer hochgefahren. Ein neuer Community-Surfer mit der ARC-Erweiterung drauf, also mit ARC-Scored-Surf. Und das ist jetzt auch eine neue Surfer-IP, also wenn ihr drauf zocken wollt und so, die Surfer-IP steht da und so, Passwort wird das altbekannte sein. Surfer-Einstellung ist ohne Mods, Harvest, XP, Taming, alles werden wir auf zweifach einstellen. Und heute Abend ab 19 Uhr könnt ihr quasi drauf zocken. So, übrigens als kleine Nebeninfo, der Andunaki-Community-Surfer wird weiterlaufen, wir werden da aber etwas die Slots reduzieren. Ich glaube auf 50 oder 60 oder ich glaube auf 50 wahrscheinlich. So dass an sich die meisten aktiven Spieler, an sich alle aktiven Spieler noch drauf kommen sollten. Wir haben das jetzt ein bisschen beobachtet die letzten Tage, damit wir jetzt diesen Surfer mit Erweiterung quasi noch starten können. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und habt Bock drauf und so. Heute Abend 19 Uhr könnt ihr drauf zocken, ab dann. Und der wird auf 24.7 Uhr dann laufen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß bei ARC. Oder was ihr auch immer macht. Den hätte ich mir vielleicht sparen können. Egal, auf jeden Fall. Haut rein. Tschüssi. Ah.